Gut, wir stehen also wieder hier. Okay, ich glaub diesen Part haben wir noch nicht gespielt heute, ne? Ich weiß nicht warum mir dieser Ort so bekannt vorkommt. Ich glaub der ist neu. Hast du mit ein paar Woll gewaschen? Das kann natürlich auch sein. Oh, es gibt natürlich noch andere Waschmittel, sowas wie Vernel oder... Lenore. Lenore, genau. Was ist das denn für eine Sauerei, warum starten wir denn mit so wenig Energie? Weil wir es genauso starten, wie wir das letzte Mal gestartet haben. Oh. Und hier können wir uns das nächste Medifekt holen bei den Typen. Gott, wie, wo? Ich darf aber nicht weglaufen. Okay. Ich habe irgendwie eine Klappe frei. Ich sage mal, diesmal werden wir... Er ist weggelaufen. Diesmal werden wir sie alle besiegen. Alter, der Typ halt... Setz jetzt mal hier und stehen. Lass uns diese Scheiße wegrocken, ja? Hört ihr grad diesen Optimismus von Martin? Das ist unfassbar. Ey, guck mal. Tattoo-Studio. Marcel, erinnerst du dich noch? Welches Tattoo wolltest du dir nochmal gemacht haben? Ich mitterlegen. Aaaaaahhh. Aaaaaaah. Aaaaaahhh. 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 Also ich wollte- was wollte ich nochmal haben? Ich wollte, ich wollte. Ich wollte. Warte, was wollte ich? Der Charger hat wohl auch eins dazu. Boah, da- da würde... Ich setz mich hin, wer macht mir eins? Ich hab ihren Meccatana, den wirf damit auch. Ich nehm... Ich wollt keins in den intimen Bereich! Hilfe! Warte, ich will auch. Ich will auch. Oh, da sitzt sogar noch eine, die hat eins... Oh Gott, die hat eins gekriegt. Ja, das sieht man am Arm, ne? Alter. Mich sehr professionell. Ey, jetzt mal ernsthaft, wie kann man nur sowas machen? Und beim Tätowieren einfach einschlafen, ey. Ey, weißt du... Manchmal ist das voll entspannend, ich hab mich auch tätowieren lassen, ich bin fast angeschlafen dabei. Oh, ich mach den Hunter. Es tat erst dann weh, als ich schon wissen wollen war. Mann, Marcel, wusstest du das? Weil ich den gesehen habe. Das ist ja das altsehende Auge hier. Ja. Und ein Smoker. Nein, nicht da, nicht da. Kann mal jemand den Müll hier wegräumen, ey? Es ist real. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Das ist ein Fall für Galileo Misse. Die Größe zieht Alman Abdala. Oh, ich tut so. Oh, ich tut so. Alter, ey. Was ist denn das? Oh, ey, diese Massenanläufe sind immer schlimm. So. So. Ich. Ich bin am Heil. Und weiter. Weiter geht's. Oh, Molli. 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 Dolly. Hier heult wieder einer. Ja. Weil am besten die Lichter ausmachen. Phil. Jetzt mal ernsthaft. Ich frage mich wirklich. Ich nehm doch die Phil. Warum hat die Witch so psychische Probleme? Weil sie damit nicht klarkam, dass die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und sie selber zu einem Zombie-Viech wurde? Ja, das könnte sein. Oder meine Theorie ist natürlich, dass sie gemobbt wurde. Zu Schulzeiten. Nein, hör mir zu. Zuerst wurde sie gemobbt. Und dann irgendwann wurde sie zum Zombie. Hat dann angefangen zu heulen. Und hat dann Stimmungsschwankungen bekommen. Und das bedeutet... Bei Frauen nix gutes. Immer wenn die jetzt belästigt wird... Da unten heult sie. Und wenn die nicht alleine heulen darf. Hinterm Bagger. Oh. Soll ich mal einen Molotow auf die werfen? Mach mal. Okay. Wenn du triffst. Na klar triff ich. Boah, geil. Ein Flammengeist. Lass mich alleine. Äh, Claudi, du solltest gleich das Medi-Fekt. Hörst du hier gleich noch weg? Incoming. Oh nein. Fuck. Ihhh, was hatten die für'n ekligen BH an? Ahhhh. Ihhh, die hockt über mir. Jetzt bin ich irgendwie... Oh, ups. Das war ich. Und Laura auch. Martin, du bist der einzige der noch steht, ne? Was? Ja. Ey, was ist denn... ... mal��? Le demli-leleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleglelel! oская do skulle lyrics ein 다 gracias an den Gesang und Hurог oder sowas als liter habe Gh体z. ein Solo vom Duett ein Duett von Lu Ein Duett Solo Kannst du aufhörst um swing Fett Fett? not bias flieg ich gehäu einfach nicht so zu schmaten was soll das? da ist ein splitter zu euch sun Oder ist ein Medipack? Ich brauch das. Oder ist ein Medipack? Oh fuck! Grüne Grütze! Eigentlich ja gerade wie gesagt. Oh Gott ey. Ich glaub das braucht so fast jeder ein Medipack von uns. Boah das sieht echt schlecht aus. Darf ich euch mal was sagen? Gerne. Bis zum nächsten Mal, bis wir Left 4 Dead spielen, such ich mir ein paar Zombie-Witze. Nein, bitte nicht. Ich kenn die Witze von Martin, ihr wollt die nicht. Er wollt die nicht. Doch, Insel! Also, der Marcel kennt meine Witze, er weiß, die sind vom Allerfeinsten. Komm Marcel, sag ihnen wie gut meine Witze sind. Sind nicht gut. Guck mal wie die hier liegt. Boah, guck mal wie du mir jetzt in den Rücken fällst. In den Rücken fällst? Ich sag mal die Wahrheit. Das stimmt doch gar nicht, ey. Wir müssen jetzt hier wieder über die Balken. Meine Witze sind das Beste, seit es Toast da gibt, ey. Ich meine alles. Wirklich nicht. Kann ich das haben? Ja, benutzt das. Moment, Moment, wie ging das nochmal? Wo bist du? Echte Maustaste bei mir. Beim Fettsack, die rechte Maustaste. Beim Fettsack. Beim Fettsack. Beim Fettsack. Oh, komm mal das Essen. Kann ich jetzt nicht was haben? Ja, ja. Nein. Vielleicht wurde Marcel ja auch infiziert. Ist nicht. Da war's. Ich schaue dir. Ich bin jetzt grad aufgefallen. Ich brauche unbedingt die Chance zu nehmen. Oh Gott, was kommt denn jetzt hier? Nazi! Nazi. Was? Nazi? Ja. Ah! Nazi-Zombie. Das finde ich an wie so ein schlechter Film. Das ist Call of Duty. Call of Duty. Ich hab hier grad irgendwie Probleme. Das sollten wir auch mal spielen. Call of Duty Nazi-Zombie. Oh, der hat ein Medipack. Das ist meins, 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 meins. Dann spielen wir Call of Duty. Der neue Horrorfilm, ne? Nee, schau dich damit. Ich wollte scheiße. Ja, aber... Der schlägt damit um sich. Call of Duty World at Warp zum Beispiel hat einen Extremgeld-Zombie-Modus. Ey, was denn, über was soll ich reden? Saints Row oder was? Call of Duty ist cool, Call of Duty spiele ich auch. Boah, siehst du, Marcel. Gibt also noch kultivierte Menschen. Ich sag nichts mehr. Ich spiele Klavier. Du 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 du. Der ganz dreist mal direkt die Medipack geklaut, was er umgelegen hat. Das war meins. Ja, das kann ich aber jetzt nicht wiedergeben. Ist die M16 besser oder die AK? Ähhhhh, das weiß ich nicht. Pillen! Das weiß ich nicht. Pillen! warum lösen die Zombies sich eigentlich nicht auf, wenn die in die Splitter-Splitter kommen? Wer wird denn ihre eigenen Waffen anfällig werden? Warum nicht? Ah scheiße Zunge! Ah ich bin hier die Treppe! Ahhhhh! Ich erledige die Zombies schon mal hier. Oh Mann ey! Puh! Also ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl wir hier eigentlich fast am laufenden Band am failen sind, macht das einfach mega Spaß jetzt. Also das muss ich auch mal sagen. Eigentlich super lustig. Ist zumindest nicht mal so ernst wie bei der ersten Aufnahme von Maffeln und mir. Aua 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 Aua! Ich, ich seh ne Wand! Kopflos! Ey wieso? Ah! Ich, ich, äh wo bin ich? Ich bin in ne Ecke geschleudert worden. Okay, jetzt. Wir werfen mal Pillen ein. Oh, so ist ein... Martin ist mir hoch und ich schieße ihn noch voll ins Gesicht. Aua. Was ist das denn? Das hat voll meine Gefühle verletzt. Hahahaha. Oh, hier liegt ein Defibrillator. Und... Oh, Laservisier! Oh. Yeah. Und ne Kiste mit... Pipe Bombs! Ich will eine! Womöchen! Ja. Womöchen! Äh! Scheiße. Ich bin einfach zu blöd mit Tastatur. Das war mich eigentlich die ganze Zeit ganz gut, oder? Ja. Oh. Bitte Spitter 5000. Was ist das? Oh Mann. Ey, ich... Was geht denn jetzt schon wieder? Oh nein, ein Facesitter. Irgendein Handball. Verdammt. Ich schieße euch alle ab, weißt du. Nur weil ich eigentlich die Zombies erledigen wollte, das ist... Oh, und jetzt bin ich. Man könnte auch sagen, ich bin Feuer und Flamme. Du gehst in Flamme auf, du gehst in Flamme auf. Nein, hier. Oh. Ich meine, bei so zwei hübschen Mädels, ne, muss man doch Feuer und Flamme sein. Ja. Wir sind schon wieder alle fast tot. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Zwei doof, ein Gedanke. Ob wir es diesmal schaffen? Ein Defi habe ich noch, also einer kann mich noch wieder belehnt werden. Marcel! Dann entscheidet euch bitte nicht für mich, wenn ihr irgendjemanden wiederbelebt. War das ein Charger? Ja, ich kann nicht sehen, wie geht das? Das ist ein Hummer. Hummer. Und ein Jockey. Okay. Und ne Witch. Und ne Witch. Oh nein. Dann wieder die Pisse. Mach's nicht aus, Martin. Wenn ihr die anleuchtet, dann springt ihr sonst auf uns drauf. Wir können die vielleicht umgehen, wenn wir gekarben. Fuck, ich bin hier wer. Das ist bitter. Nein, nein. Keins bitter. Bloß keins bitter. Geh mir die Treppe hoch. Die kommt erst noch vor uns. Komm, Treppe hoch. Komm, die stimmt erst noch vor uns. Da. Da ist die. Ich kann, ne, Piperaum geht nicht. Wir müssen eigentlich... Wir können auch einfach hier lang gehen. Wir können hier auch einfach umgehen. Ich finde, das ist das Beste aktuell. Okay. Okay. Oh, hier liegt mir die Pack. Man, Ingo, geh. Midi-Pack. Ich hab den Martin-Spieler angeschlossen. Ah. Wer möchte meinen Midi-Pack haben? Äh. Das ist am besten der Claudi jetzt. Ist er schon tot, ja. Das ist ja geil. Bevor du noch nicht. Yay. Ja klar, dann liegt die ganze Tür. Er sollte Martin nehmen. Martin, nimm die Medi-Pack. Wo denn? Da sind auch noch Pillen direkt daneben. Okay, dann nehm ich die Pillen. Ich stehe direkt drauf. Oh. Da. Das ist ein, äh, das ist ein Molly, 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 Tobi. Boah. Boah. Ah ne, warte. Verdammt, also rüber und gleich einfach weiter. Immer weiter. Wisst ihr, was gut ist? Ich kann gleich einfach eine Pine-Bomb werfen. Das war auch eine. Perfekt, ey. Dann müssen wir eigentlich... Vorsicht, hier ist ein Jockey. Ja klar, ne. Und eingekotzt wurde ich auch noch. Der Boomer, genau. Der dicke Boomer hüftet einfach über den Zaun. Oh nein, wo kommen die denn jetzt schon wieder alle her? Das ist, weil du angekotzt wurdest. Oh fuck, ich stehe im Grünen. Oh man, ey. Oh. Hoppa. Ich kann nichts mehr sehen. Ich seh nichts mehr. Ja, du schießt direkt von der Mauer. So, jetzt. Fucking, ich komme die Treppe wieder nicht hoch. Nein, ich komme die Leiter nicht hoch. Oh, ey, sollen wir? Eh. Bereit, bereit? Ingo, geh weg! Ich hab die nur runtergelaufen, dass du das siehst. Hab ich da Munition genommen? So. Jo. Okay, dann los. Und... Ab die Galoppi. Ich werde gleich einfach direkt eine Pine-Bomb. Stimmt, ich kann auch alle hervor... Warte, noch nicht. Noch nicht. Wir teilen die auch ein. Genau. Und ich stehe vor dem Boomer. Und ich werde angekrippeln. Alter. Oh. Okay. Alle die Leiter hoch. Nein! 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 Schnell, schnell! Erledige den Hunter. Hunter. Mann, ey. Oh fuck. Geht weiter. Einfach weiter ohne mich. Geht einfach weiter. Nein! Wir lassen dich nicht zurück. Scheiße, ich drück schon wieder den falschen Knopf. No, no man, left behind. Geht einfach weiter. Ich hab's mir ne Schottengriffe gelegt. Einfach weitergehen jetzt. Schnell. Geht einfach weiter. Okay. Du bleibst trotzdem ein Held. Warten gehe ich. Ich werde deinen Namen nirren. Fuck, 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 fuck Ich war eingekreist und konnte einfach nicht mehr weiterlaufen. Wann für der rechten Maus saß, da kannst du die wegschubsen so ein bisschen. Weiß, habe ich die ganze Zeit gemacht. Glaubst du, ich wäre weitergekommen? Ich darf wohl mal anmerken, dass dieses erfolgreiche Let's Play unbedingt weitergehen muss. Ja, ne, aber ich höre jetzt zumindest auf zu filmen. Jo, ich auch. Jo Leute, ich weiß ja nicht, ob ihr das hier toll fandet, die Fail-Aufnahme. Es gibt bestimmt demnächst noch andere Aufnahmen, wo wir etwas besser sind, wenn wir uns im Team eingefunden haben. Danke fürs Reinschalten, tschüüüüü, tschüüüüü Wollen wir jetzt noch weiterspielen, das würde ich mich dann noch aufnehmen? Doch... Oder?